Ja, da gibt es also eine, die ist praktisch in ihrem Altersglas hier vorne, natürlich. Die haben wir schon bei der Oberau-Werbung gesehen. Jetzt fehlen noch zwei Jungs. Hier mit Kuss und Jannis Grafmüller. So, der hat sich gleich mal wieder warm angezogen. Firmin, du bist Zweiter. Einen kräftigen Applaus für die Juniorinnen und Junior. Okay, danke euch.